Wer zahlt wie viel ab 1995? Na, erstmal die da oben. Fehlt der Bundesregierung ein finanzpolitisches Konzept? Man sollte auch in dem Zusammenhang mehr auf die Rechnungshöfe hören. Und man sollte auch Politiker zur Verantwortung ziehen können. Verstehen Sie eigentlich das Steuersystem? Blickt man da noch durch? Nee, nee, überhaupt nicht. Chaos ohne Ende? Darüber diskutiert Erich Böhme mit seinen Gästen im Talk im Turm. Heute 22.15 Uhr in Sat.1.